Der Verschluss einer Badewanne hat einen Durchmesser von 5 cm und die Wasserhöhe in der Wanne beträgt 40 cm. Mit welcher Kraft muss man an der Kette des Stopfens ziehen, um das Wasser abfließen zu lassen? Hier die Angaben. Der Durchmesser von dem Stopfen beträgt 5 cm, sein Radius also 2,5 cm, das heißt 0,025 m. Die Höhe des Wassers beträgt 40 cm, also 0,4 m. Was wir suchen ist eine Kraft F, die wir natürlich in Newton ausdrücken. Und um diese Kraft F herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln, in denen das Klein g 9,81 Newton pro Kilogramm beträgt. Durch Kombination dieser zwei Formeln finden wir sofort heraus, dass die anzuwendende Kraft F gleich ist zu Rho mal G mal H mal A. So, und da diese Fläche reißförmig ist, berechnen wir ihren Inhalt durch I mal Radius im Quadrat. Somit finden wir also als Kraft dieses Produkt. Es ist Rho, also 1000, weil es ja Wasser ist, mal G 9,81 mal 0,4, das ist diese Höhe, mal Pi mal diesen Radius im Quadrat. Und somit finden wir als anzuwendende Kraft ungefähr 7,7 Newton. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die anzuwendende Kraft beträgt ungefähr 7,7 Newton.